Auch wenn der Name etwas anderes vermuten lässt, die Rasse des Australian Shepherd hat sich in den USA entwickelt. Angenommen wird allerdings, dass baskische Schafhirten um 1800 bei ihrer Wanderbewegung von Australien nach Amerika diese Hunde mitbrachten. Man sagt, der Ossi sei deshalb so ein wunderbarer Hund, weil alle etwas dazu gegeben hätten und zwar jeder nur seine besten Eigenschaften. Für den Australian Shepherd sind folgende rassespezifischen Merkmale im Standard Nr. 342 festgelegt. Der Rücken ist gerade und kräftig. Er ist länger als die Widerrisshöhe. Diese beträgt beim Rüden 51 bis 58 cm, bei Hündinnen 46 bis 53 cm. Der Australian Shepherd zeichnet sich durch eine enorme Farbvielfalt aus. Diese zeigt sich nicht nur in der Färbung seines Haarkleides, sondern zum Beispiel auch in der Färbung der Augen. Der Charakter des Australian Shepherd variiert je nach Zuchtziel des Züchters. So gibt es ihn zum einen als aktiven Hüterhund, zum anderen mit gemäßigtem Temperament als Familienhund. Soll er in einer Familie mit Kindern aufgenommen werden, sollte er sehr früh in der Sozialisierungsphase in die Familie kommen. Durch seine Lernfähigkeit eignet der Australian Shepherd sich gut für die in Deutschland relativ junge Hundesportart Obedience. Die Möglichkeiten zur Förderung sind bei dem Australian Shepherd sehr vielfältig. Deshalb ist unter den Hundesportarten Agility gut für den Australian Shepherd geeignet. Der Australian Shepherd verträgt sich gut mit anderen Tieren. Deshalb lässt er sich auch gut zum Reitbegleithund ausbilden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auch sicherzustellen Ä Grab Biennut von kennenzulie